Wolltest du, dass die Leute vor dir Respekt haben? Das ist einfach so. Das passiert einfach. Das ist das Leben. Denn dieses Leben ist einsam. Jeder hat einen Traum. Jeder von uns. Durch die Musik ging halt auch irgendwie das Leben auf der Straße los. Jeder, der Gangster werden will, der soll sich darüber klar sein, dass Menschen, die du liebst, in Gefahr kommen können. Vielleicht ziehst du dir eine Maske runter, besorgst irgendwo eine Waffe und dann gehst du in den nächsten Kiosk. Kriegt einer einen Anruf, ist aber für eine halbe Stunde weg. Kommt wieder. Hat ein paar lila Scheine mehr an der Tasche. Es war doch scheißegal, ob jemand dran leidet oder nicht. Wir haben einfach unser Ding durchgezogen und gemacht. Ich kann dir erzählen von meinen Jungs, die erschossen sind. Die wurden erschossen von den Leuten, die ich auch kenne. Draußen hatte ich wenig Geduld. Ich hatte wenig Geduld mit mir selber. Ich hatte auch wenig Geduld mit meinen Opfern. Ich treffe deinen Körper. Für den Ruf meiner Lady. Ich beschütze meine Frau wie eine Gang Gang. Ich werde zum Mörder. Ich werde zum Mörder. Ich werde zum Mörder. Geh dir zu meinem Baby. Willkommen in der verfickten Realität. Ich werde zum Mörder. Ich werde zum Mörder. Ich werde zum Mörder. Entschmeldung. 5 Uhr. Voll Buddhist. 5 Uhr. Vielen Dank.